Im Jahr 2016 wurden in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 1.762 Straftaten im Bereich der politisch motivierten Kriminalität erfasst. Im Vergleich zum Vorjahr mit 1.259 Fällen ist damit ein deutlicher Anstieg um 503 Delikte oder um 40 Prozent zu verzeichnen. Diese Zahlen nannte Innenminister Lorenz Cafier während der Landespressekonferenz im Schweriner Schloss. Der Anstieg lasse sich unter anderem mit knapp 500 Straftaten mit Bezug zur jüngsten Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern im Herbst 2016 erklären. Den 1.762 Fällen der politisch motivierten Kriminalität stehen 115.525 Straftaten der polizeilichen Kriminalstatistik gegenüber. Der Anteil der politisch motivierten Straftaten liegt dabei bei rund 1,5 Prozent. Wie Cafier weiter mitteilte, seit 2016 die Zahl der politisch motivierten Gewalt legte um 53 zurückgegangen. Im Phänomenbereich rechts um 16 Prozent und im Phänomenbereich links um knapp 62 Prozent. Ich glaube, wir müssen natürlich bei so einer Betrachtung politisch motivierter Kriminalität genauer darüber reden, wo entstehen die Kriminalitätsfälle, was ist Ursache dafür. Wir haben bekanntermaßen im Jahr 2016 Landtagswahl gehabt. Viele der aufgetretenen Delikte sind sogenannte Propagandadelikte. Das Herunterreisen von Wahlplakaten, was ja fast schon leider zum Sport geworden ist, fällt regelmäßig in den Phänomenbereich rechts beziehungsweise links als politisch motivierte Kriminalität. Und das erhöht natürlich die Gesamtbetrachtung. Insofern kann man nach wie vor sagen, die Bürgerinnen und Bürger in Mecklenburg-Vorpommern können sich auch, wenn sich diese Phänomenbereiche erhöht haben, durchaus sicher fühlen. Laut Innenminister Lorenz Caffier muss im Bereich der politisch motivierten Kriminalität von rechts ein besonderes Augenmerk auf das Thema fremdenfeindlich gelegt werden. 2016 wurden insgesamt 307 fremdenfeindliche Straftaten aufgenommen. Fast alle dem Phänomenbereich rechts zugeordnet. 53 davon waren Gewaltdelikte. Hauptaktionsziel dieser Straftaten waren Flüchtlinge und Asylbewerber.